Herzlich willkommen auf dem ehrlichsten Kanal von YouTube, bei mir. Jeden Monat wird einfach dieses Zwangsgeld 18,36 Euro abgezogen für so einen Stuss. Wenn Kamala Harris lacht, dann verzieht sie nicht nur den Mund, sie röhrt, sie gluckst, sie lässt das Lachen aus dem Bauch aufsteigen bis zu ihren Augen. Sie lässt ihr ganzes Gesicht strahlen und ihren Körper beben. Ich finde das ansteckend, die Republikaner nicht. Sie zeigen in ihren Werbespots Bilder der lachenden Vizepräsidentin und machen Harris als wiehernde linksextremistische Irre lächerlich. So ist das im US-Wahlkampf. Er ist hässlich und persönlich. Man braucht ein dickes Fell und die volle Rückendeckung der eigenen Leute. Kamala Harris wird gerade von einer großen Welle der Euphorie emporgehoben. Eine schwarze Frau als Präsidentin, das hätte es noch nie gegeben. Und dann noch eine frühere Staatsanwältin, die einen verurteilten Straftäter an der Wahlurne besiegen könnte. Was für eine großartige Geschichte. Bis dahin dachte ich mir schon so, oh, das ist die vierte Gewalt, von der immer gesprochen wird. Die Medien, die ja durch ihre Reichweite auch sehr viel Einfluss auf Menschen haben und dadurch auch das politische Geschehen sehr gut mitgestalten können. Sollten gerade nicht Medien als vierte Gewalt so sein, dass sie halt eine faire Berichterstattung machen, die ehrlich informiert und die auch wahrheitsgemäß rüberkommt? All das finde ich bei dieser Tagesschau gerade die Meinung gar nicht. Ich merke eindeutig, wie linksgesteuert dieses ganze Programm ist. Einseitig. Aber reicht das wirklich? Ist sie nicht 2020 kläglich bei den Vorwahlen gescheitert? Gibt es nicht diese ungelenkten, peinlichen Momente in ihren Interviews? Sollten die Demokraten nicht jetzt ganz offen und demokratisch nach einem wirklich guten Kandidaten oder Kandidatin suchen? Alles richtig, wenn es Januar wäre. Aber es ist Juli, die Zeit ist viel zu kurz, um jemand anderen zu finden, auszuprobieren und aufzubauen. Um Kamala Harris führt kein Weg herum. Sie hat dreieinhalb Jahre an der Seite des Präsidenten ihre Erfahrungen gemacht. Sie kann es, sie wird es können, sie wird es können müssen. Und ich freue mich schon darauf, wie Harris, wenn sie denn die Kandidatin wird, in ihrer ersten Fernsehdebatte den wütenden, düsteren, quengelnden Donald Trump einfach an die Wand lacht. Ja, danke, das war Katrin Brandt oder so. Demnächst wird zu sehen bei der nächsten Antifa-Demo Omas gegen rechts, da ist sie dabei. Aber sie hat genau das gesagt, die quengelnden, jammernden Linken. Irgendwie hat es doch gerade irgendwie sehr auf links gepasst. Aber hey, das ist nur meine Meinung. Das war ihre Meinung gewesen. Ich kriege aber nicht staatliche Unterstützung. Ich kann meine Meinung sagen. Aber bleiben wir doch gleich bei den Linken, weil das hat sich so angeboten gerade. Wir denken ja nur noch links und rechts. Das andere gibt es ja anscheinend nicht mehr. Asiaten bewerben ihr Essen als exotisch. Senatsgremium schaltet sich ein. Was ist denn da passiert? Habe ich mich gefragt. Und dann habe ich das gesehen. Asien, Asien, Street Food Festival. Ja, da fand ich jetzt gar nichts Schlimmes daran. Doch die Jury gegen diskriminierende und sexistische Werbung des Berliner Senats hat Kritik an einem asiatischen Street Food Festival geübt. So blöd kann keiner sein. Man hat ja auch sonst keine Probleme, oder in Berlin? Die Jury haben sich mit einem Werbeplakat befasst, einige kritische Elemente identifiziert, auch wenn sie nicht mehrheitlich als diskriminierend bewertet hat. Heißt es demnach in einem Schreiben an den Veranstalter. Insbesondere der Slogan, tauche ein in der exotischen Welt der asiatischen Straßenküche, kann problematisch sein, da der Begriff exotisch häufig verwendet wird, um Menschen oder Kulturen als fremd, anderseitig und außerhalb der Norm zu beschreiben. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist du. Durch die Verwendung solcher Begriffe in Erwärmung, besonders in Verbindung mit stereotypischen Darstellungen, könnten unbewusste Vorurteile verstärkt werden. Der Kontinent Asien und seine Kulturen seien äußerst heterogen. Die verwendeten Bezeichnungen wie Asienfood oder Slogan Asia on Plate Jam würden diese Vielfalt reduzieren, zu einer Verallgemeinerung beitragen, die den vielen unterschiedlichen kulturellen Traditionen und kulturellen Spezifika nicht gerecht wird. So zitiert im Tagesspiegel das Gremium. Der Veranstalter des Street Food Festivals, Luantan Neguin, keine Ahnung, wies laut Bericht daraufhin, dass das Wort exotisch schon seit April nicht mehr auf der Festival-Webseite zu lesen sei. Den Begriff Asienfood sehen wir als Asiaten keineswegs diskriminierend, habe er zudem in seiner Antwort schreiben deutlich gemacht und betont, die Formulierung beibehalten zu wollen. Auch Italian Food Festival oder African Food Festival seien geläufige Bezeichnungen. SPD-Senatorin verantwortlich. Die Berliner Jury gegen diskriminierende, sexische Werbung, bla bla, des rot-rot-grünen Senats begründet. Sie besteht aus zehn ehrenamtlichen Mitgliedern, wird von einem Referat bei Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt, Antidextiklinien betreut. Zuständig ist diese Person. Da hinten. Da ist sie. Das ist sie. Gut. Der Anfang veranstaltet die Dame auch nochmal höchstpersönlich zum Street Food Festival ein. Sie könnte sich selber ein Bild machen und man hat sonst keine Probleme in Deutschland. Das merkt man immer wieder. Wenn es aber natürlich um die Berliner Polizei geht, dann sieht es alles ganz anders aus. Hier von X. Schön, wie die Autos aussehen, oder? Ja, dafür ist wohl kein Geld da, ne? Aber irgendwelchen Leuten irgendwas wegen Asien, Street Food zu sagen, dafür hat man Zeit und Geld. Nun kommen wir mal zu diesem netten Artikel. Die Gewerkschaft der Polizei Berlin hat in der Pressemitteilung den Zustand der Streifenwagen der Polizei kritisiert. Die Situation sei wirklich erschreckend. Fast jeden Tag kämen Meldungen über dieses dritte Fahrzeug rein. Auf X, wie gerade gezeigt, sieht man ja ganz klar, wie die Fahrzeuge aussehen. Und ich komme gleich mal zu den Kommentaren und es ist doch Schwachsinn. Also, warum hier am Sitz was kaputt geht, ist ganz klar. Die haben halt ihre Handschellen dabei, ihre Waffen, alles was sie da drin haben und es reizt sich halt. So. Und am Tag, ich weiß gar nicht, wie oft ihr aus eurem Auto aussteigt, aber ich steige ein, steige aus. Steige ein, steige aus. Nur an einem normalen Tag steige ich vielleicht dreimal ein, dreimal aus. Aber Polizisten, das ist ja, damit arbeiten die ja jeden Tag. Und die steigen immer wieder ein und aus. Ständig rücken die auch aus. Und da ist ganz klar, dass irgendwann ein Sitz so aussieht oder ein Gurt so aussieht. Das verstehe ich. Aber die könnte man ja auch austauschen, denke ich mir einfach. Und dass diese rechte Beifahrerseite stark beschädigt ist, ich denke mal auch da, ihr habt bestimmt irgendwelche kaputten Autos, die könnte man auch austauschen. Aber, ob es so gewollt ist, man weiß es nicht. Die Situation ist wirklich erschreckend. Wir bekommen als Gewerkschaft der deutschen Polizei beinahe tätige Meldungen über desaströse Fahrzeuge, defekte Funktionen und massive Sicherheitsrisiken, schreibt Stefan W. Selbst die neuesten Fahrzeuge, wie Mercedes Vito, würden immer wieder kaputt gehen, weil auch hier ordentlich gespart wurde. Der Investitionsstau nur bei der Berliner Polizeiwagen liegt laut Experten bei rund 40 Millionen Euro. Alle 10 Jahre werden ungefähr 2800 Fahrzeuge ausgetauscht, was jedes Jahr bedeutet 280 neue Fahrzeuge. Es wird weitergeschrieben, wir brauchen eine Lösung, damit uns hier nicht irgendwann die Fahrzeuge unter den Hinten wegschimmeln. Die Politik diskutiert über Leasingoptionen, doch diese scheinen wenig wirtschaftlich. Da wir hier von Fahrzeugen mit Spezialausgestaltung reden, und seien wir mal ehrlich, ihr benutzt die ja auch richtig. Es ist ja bei euch nicht wie das liebgewonnene Kind in Deutschland, das Auto, sondern bei euch ist es einfach nur ein Gebrauchsgegenstand, wo man ja auch jetzt nicht so normal umgeht. Und wenn da jetzt irgendwelche Leute irgendwie gegentreten oder sowas, da macht auch Leasing gar keinen Sinn. Okay, im letzten Satz wurde gesagt, wir fahren mit Karnen durch die Gegend, die wir als Polizisten sonst eigentlich aus dem Verkehr ziehen würden. Ja, liebe Leute von da draußen, einfach irre Welt. Und wer hat Schuld? Der Berliner Senat. Und da ja unsere Bundesregierung so tolle Politik macht, vielleicht sollten sie sich auch mal da mehr einsetzen, gerade in Berlin, ey, da sitzt ihr ja auch. Und gerade durch die vielen Demonstrationen auch in Berlin, wegen dem Bundestag auch, sollte man doch da auch auf vernünftige Autos setzen. Nur mal so, ein Gedankenspiel. Bisschen wir einsetzen fürs Land, für die Leute, die sich für die Sicherheit einsetzen, zumindest einsetzen wollen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schreibt was rein. Achso, die Kommentare wollte ich noch gucken, ne? Habe ich vergessen. Hier, Kommentare dazu. Fand ich auch richtig klasse. So, hier, die Antifa. Ja, und wer genau fährt mit den Fahrzeugen auf der Fahrer- und Beifahrerseite? Festgenommen werden es ja wohl nicht sein. Also besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die reguläre Nutzung eventuell sowas wie Sorgfalt vermissen lässt. Oder sehen deren Privatfahrzeuge auch so aus? Also, liebe Antifa, ich weiß, mit Denken ist es bei euch nicht, ähm, ist es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wie oft steigst du aus dem Auto aus und ein? Und wie oft sind Polizisten im Einsatz? Und ich weiß nicht, was du an deinem Körper dran hast, aber ich glaube nicht, dass du einen Pfefferspray, einen Schlagstock, Handschellen, eine Waffe an dich trägst und noch eine Schutzweste. Und, ähm, das rubbelt sich ein bisschen auf, das kann sein. Aber, nun gut, so seid ihr nun mal von der Antifa. Und damit, Leute, ich bin raus. Ähm, wenn ihr mich unterstützen wollt, sehr gerne dürft ihr es tun. Hier seht ihr mein Paypal. Das könnt ihr aber auch in der Beschreibung sehen oder angepinnt in den Kommentaren. Und wenn ihr kein Paypal habt und ihr meint, ey, Stefan ist netter, ich will trotzdem irgendwas gerne spenden, hab ich unten einmal auch drin stehen in der Beschreibung meine IBAN-Nummer, meine BIC. Und, wenn einer keinen Bock hat, den ganzen Mist einzugeben, falls einfach eine mega lange Nummer ist, ist da auch ein Link drin. Klickst du da rauf, dann siehst du mich, Stefan Sachs. Kannst du Späne da lassen, ich würde mich freuen. Viel mehr Content. Macht es gut, gerne bis zum nächsten Mal. Z8 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 Bis zum nächsten Mal.